So, kann losgehen. Jawohl. Gleich ein... Oh. Ja. Gleich ein Volllatz geknallt, ja. Oh, dann muss er hier nach oben wahrscheinlich, ne? Ja, ich denke mal. Schade, ich würde trotzdem gerne mal wissen, ob ich den Typen vorhin getroffen habe. Mit dem Fass, ne, mit der Explosion. Ja, das ist eine gute Frage, ne? Ah, hier. Oh, die waren schon wieder sehr nah dran. Ja, Rätsel gelöst. Ich sage immer Rätsel. Anstatt Hinweis. Also, nee, nee, nee. So. Das ist ja fast das Gleiche. Ja. Oh, was war das denn? Ach so. Echt cool, die Viecher. Ja. Aber ich treffe sie nicht, das ist nicht gut. Komm schon. Oh Gott, das war klar. Alter, ja. Ja, die sind echt übel und sehr flink, oder so. Ja. Oh, da gibt es doch bestimmt wieder irgendwo Hunde, oder so. Stimmt. Ach, da hinten ist es ja schon. Oh. Niedergemetzelt. So. Da ist es ja schon. Sehr schön. Hattest du geschossen? Ja, ne? Ja, ja. Okay. Da war nur ein Zombie. So, reicht oder was? Ja, ja. Gucken, wo geht es weiter? Da hinten, ne? Ja, ein bisschen auf Frieden. Genau. Oh, die Hühner. Scheint ja gar nicht so schlecht zu sein. Ne, die Knarre ist gut, also da trifft man auch besseres Zielfernrohr als das, äh, also die andere Waffe, die ich hatte. Da habe ich mich erschrocken. Und da ist Saatmuty. Alter. Ich treffe die überhaupt nicht. Ich weiß nicht, die hält so eine Menge aus, irgendwie, ne? Ich habe die gar nicht getroffen, das hat mich jetzt gewohnt, da. Hm. Ich habe da mit meinen Zielfernrohr ein paar Mal drauf rumgeballert, aber. Oh, hier der Feuerteufel. Alter, der hat ja echt was an der Murmel hier, der. Oh, schnell nach oben. Da unten ist auch wieder so ein Feuervieh. Der hat ja auch wieder so ein Feuer. sehr gut hat er hinten ist das ok kommen darüber und hoffe dass der ganz dicke mich da ziehen lässt dahin ok die frage ist nur wie kommt man kommt man darauf wahrscheinlich von hier aus warte mal hier ist ein aufgang ich habe das gefühl die vertragen irgendwie mehr aber diese komischen gepanzerten wir haben immer noch ordentlich vertragen wir haben ja auch mal gemessen hat noch wirklich besser besser mit dem messer gibt es munition falls du brauchst oh ja draußen zu sein dieser scheiße weiter wie sich das anhört er wie es matsch jawohl und jetzt und jetzt sogar hier drinnen noch mal kalt machen oder und dann ja auf jeden fall hier rein oder ja geh mal rein ich höre jetzt nicht so viel aktivität vielleicht überleben was diesmal sogar so wahrscheinlich nach unten wir sind falsch wir müssen in die andere richtung da in dem gebäude wo diese weiße schrift drauf ist ok dann folge ich dir mal ja mal gucken ob wir dahin finden ach da sehr gut und jemand bekämpft den glaube ich der ist nur aufgeleuchtet ok jetzt geht's ab das schweinchen ok ist bei dir oben ja ja er kommt jetzt alter wie langsam der nachlädt so ich habe mich jetzt mal eine ecke gestellt so getan als wenn ich ihn nicht sehe genau loki mal her kommt oder schlechter der schlechter hat mich schlecht gemacht jetzt gucke ich dir mal zu soll ich dich wiederbeleben oder ja wäre gut weil man könnte oder versuchte erstmal oder mach ihn erstmal platt also wie du möchtest das hat ihm mal ganz gut eingegeben das ist gut super den hast du gleich ja muss ja ein bisschen mut machen du guckst immer noch ein bisschen jetzt nicht mehr gut oh alter ich habe energie ist da wirklich immer viel bei mir wollen wir ihn dann verbannen oder was ja machen wir ruhig und dann raus rennen oder bleiben mal hier ach nö lass uns mal bleiben letzte runde da können wir ruhig noch mal ein bisschen opfer warte mal ich hab fallen wo sind denn hier die eingänge hier ist einer ich stelle da mal fallen auf hier eine falle noch eingänge gibt es oben eingänge da müsste ich ja alle von nun tauchen kann man ja noch wo durchs fenster rein nehmen ne ich glaube nicht so aber die sind auch gerade in der verbannung die sind aber viel weiter als ja 98 99 100 wo uns dk einer aus dänemark gucken ob die auf uns zukommen ja ich glaube das gewitter hat wirklich damit zu tun dass die jetzt auf uns also bei uns in der nähe sind ne das kann schon sein Mensch verbann dich schneller da du vogel ok ich bleib dann hier ne neue treppe wo wir abhauen können ist gar nicht so weit von uns weg ne ok das ist ja direkt im norden oben oder wir schnappen uns die trophäen und verpissen uns ja ja das sowieso wenn wir es so lange überleben mhm so wir können super ja ok folge mir ja am besten unauffällig können wir hier raus nicht gut hier können wir runter warte das ist nicht schlimm das nur sie haben wie silvester oh nein jetzt bin ich hier runter gefallen wo bist du denn in ach da ja ich bin runtergeklopft einfach weiterlaufen mhm überlebst du einen Sturz ja ne mhm ja jo ok ja perfekt da lang ok dann können wir nur hoffen dass die da nicht auch hocken wie beim letzten Mal und ich sehe den wieder nicht ja das wäre uncool mhm achso wir können auch haben doch fünf Sekunden den Blick irgendwie hier genau ich habe schon drei verbraucht mhm oh warte mal ich habe gar keine Trophäen mitgenommen ne ok haben wir nicht beide irgendwie zwei rot alles egal laufen reicht ja wenn du eine hast ja hier ist der warm doch ich habe eine hast du denn auch eine ich habe auch eine ja also bei mir steht dass ich die schon aufgenommen habe super dann habe ich doch eine ich habe auch eine echt hoffen dass hier keiner mehr um die Ecke kommt mal hast du ja einfach nur so ok ich habe echt keine Trophäen mitgenommen ich weiß es nicht alter gucken wir ob das da gleich steht so Daumen nach oben auf jeden Fall